da ist ein ein weg da ist auch ein weg noch so ein cap letter griefs die nehme ich gerne das ist für ihr sammlung ganz ruhig man merkt sie sind stärker geben auch mehr erfahrungspunkte ich gebe mal hier drauf für einen mehr dexterity dann wieder in deutsch und mehr licht das hast du kein man am mehrheit hau immer auf den ranger das ist ja unverschämt so das war der ja hier könnte irgendwo ein secret versteckt sein oh teleporter will transport you back here oh god oh 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 wow wie gelogen mhm ne gut das bringt mich wieder zurück das bringt mich hierher das bringt mich zu einer geschlossenen tür das bringt mich wieder zurück ok ich will mal kurz speichern hier lp014 und hoffen dass mir das spiel nicht abstürzt gut so also da bringt es schon mal nichts wenn ich da lang gehe da ist das erz das ich gerne hätte aber da ist noch eine türe da ist auch noch eine türe da ist nur nirgendwo ein knopf ok entweder macht es ein teleporter der mich da rein bringt nein der nicht der bringt mich auch nur wieder raus da da war das erz drin aber hier ist nirgendwo ein knopf oder so und ja da höre ich die dings schießen von nebenan der teleportiert mich auch raus also ich markiere mal die felder die mich richtig teleportieren also die beiden teleportieren mich raus ja der teleportiert mich auch raus der teleportiert mich hier hin also machen wir das mal anders ich sag einfach A ah so dann probiere ich die hier alle mal nein der ist schon mal nicht richtig der ist auch nicht richtig Mist da hat mich jetzt der in der mitte erwischt ich kann leider auch hier nicht gucken ob hier irgendwo was ist so und der bringt mich auch wieder zurück ok also in richtung der türe brauche ich gar nicht gucken wow das war du machst nur hier und hier aus ok so beim erz sehr beim erz wo war das erz da war das erz b bringt mich hier nach b gut wenn ich da raus gucke komme ich wieder an den haupteingang da bin ich aber nicht nicht hin so ich habe auf jeden fall einen schalter gefunden und betätigt er hat allerdings nichts hier aufgemacht ok da geht auf jeden fall die tür wieder zu wenn ich wenn mich der teleporter erwischt also muss ich hierfür schnell sein nein das war zu schnell Mist so so hm hm ja hm 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 da habe ich schon mal die erste truhe gefunden du blä bringt mich viel aber du bringst was gt boot die kriegt sie mal wenn sie sie dann tragen kann scroll of blade das ist ein budding earth das ist ein sapling das ist auch ein sapling und das ist ein budding schön schön dass das da unten dabei steht mal sapling ok da nehme ich mir mal kurz Zeit zum sortieren disciple 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 ok und bei eis äh bei things sparking burst sparking stunning gut damit hätten wir das geklärt initiate 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 okay ripple ripple und ripple ja ich hätte es einfacher machen können so ripple 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 und irgendwann wenn man alle zusammen hat da muss irgendwas draus entstehen denke ich mal novice 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 ok ansonsten ist hier nichts interessantes drin ach ja ok ich denke ich habe es einigermaßen kapiert ah nicht hierhin so du teleportierst mich wieder zum ausgang aber der ganz rechte wahrscheinlich nicht deswegen muss ich klick machen und so schnell wie möglich hier rüber laufen so das war auch nicht ganz richtig ne ne hier teleportieren mich alle raus oder nein der nicht der hier doch der teleportiert mich raus ich muss grad mal gucken welcher mich nicht raus teleportiert ich glaub der hier doch der teleportiert mich auch raus dann ist es der hier genau also bei der tür wo wir schon waren der hier c bringt mich nach c ja jetzt muss ich noch gucken welcher mich von b hier von hier aus ich glaub der hier bringt mich nach da hinten haben wir gleich Mist da war ich jetzt wieder mal nicht schnell genug na war ich wieder nicht schnell genug also ja das hier ist ein bisschen tricky ich lass mal den nächsten noch vorbei das war wieder zu früh das war wieder zu früh das war wieder zu früh so das hat gepasst Mist das müsst ihr mich jetzt hier hin bringen und das öffnet den da also ich muss von da nach da und dann da gleich rein springen Mist das war zu knapp das war zu knapp so ich warte den nächsten noch ab so das krieg ich langsam schon ganz gut hin ich guck jetzt in die richtung und ich guck jetzt in die richtung und so so hä was nein das war das ist die 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 Vielen Dank.